Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zum Team Jimmy Jewel. Wir sind Team Jimmy Jewel. Das war eine ganz komische Einleitung, ist doch egal. Was ich eigentlich damit bezwecken wollte war, hey wir spielen wieder Battlefield 4. Geil, oder? Wir sind Jimmy Jewel. Ja, das war irgendwie, also Professionalität ist nicht mein Steckenpferd, das sag ich dir schon mal. Das wissen alle, wie sie uns gucken seit anderthalb Jahren. Anderthalb sind das erst? Keine Ahnung, das können doch schon mehr sein. Ich weiß nicht, wann Battlefield Hardline angefangen hat. Ich glaube wir haben vor zwei... Kann Battlefield Hard... Fick dich Sniper! Ich will hier reden, ja? Äh, kann Battlefield Hard... Ich lass es. Jimmy übernimm du. Na es müsste, wenn ich mich nicht komplett irre, müsste dieses Jahr im Oktober die zwei Jahre rum sein, wo ich dann gesagt habe, also nach der Neuorientierung. Aber wir haben ja vorher schon YouTube gemacht. Ja das ist ja die große Frage, ich weiß es ja nicht. Ja auch, es müssten jetzt glaube ich schon über zwei Jahre sein. Äh, wobei, naja... Ich meine es sind sogar mehr, das ist, das ist die Sache. Wo kam die Nate her? Und wer schießt hier auf mich? Alle? Ja mehr als zwei Jahre, das würde auch genau passen. Hey, ich schießen's nach. Ich wollte mich die Millionen die Akai mal getroffen haben, da habe ich mir irgendwie Angst. Ach, das ist ein Gegnerboot, hallo! Was? Ich habe da nebengeschossen von dem Fahrrad? Auf C ist ein Boot. Auf C ist ein was? Ein Boot. Achso, äh, Problem ist, du bist bei mir im Team, oder? Hä? Äh, du bist im Gegner-Team. Achso! Cool. Ja. Ach, das sind zwei Augen, wenn wir keinen Squad kamen und wir nicht verarschen. Ich glaube, das liegt daran, dass wir im Squad gejoint sind, kann das sein? Das könnte sein, ja. Das wird jetzt mal auch nicht gehen und auf dem Server das normalerweise ist eh. Das könnte trotzdem sein, ja. Wobei es totaler Bullshit ist, aber naja. Natürlich ist es Bullshit. Wir spawnen oder wir spielen im Squad. Ja, dann geht ihr nicht nögen. Dann switchen wir euch einfach mal in verschiedene Teams und ihr könnt kein anderes Gucken mehr sollen. Ja, vor allem, weil ihr am Anfang zwei mehr hattet, plötzlich. Aber seid ihr alle blöd? Ha! Loll, ich hab den Fahrer vorm Boot geschossen, what the fuck? Ich hab ernsthaft, ich hab über den Hügel drüber geschossen und nichts gesehen, ne? Und ich treff genau den MG-Schützen. Vielleicht. Das ist schon fast Skill, ey. Welcher Wichser schießt denn hier auf mich? Ah! Hm. Hm, woot Next Map, no, nö. Ah, seh ich auch nicht an. Ich hab keine Lust. Woot doch selber. Ja, leckt ein bisschen, aber sonst ist es schön. Ach, du reißt überhaupt nicht. Ach du kriegst doch was du bei den Risen, was du willst. Ja, vorhin habe ich ne neue Grafik hatte. Scheiße. Ja, aber es kann sein, wie es so viel neuer ist. Kann sein, dass du da dann wunderbar drauf machen musst. Ja, wahrscheinlich. Oder dass einfach die CPU nicht hinterher kommt. Ja, das ist sowieso. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist fuck. Dass das alte Ding da abhustet. Was ist das hier noch? Pentium 1? Ja, das ist schlimmer als Pentium 1. Ich glaube Pentium 1 war besser. 820 Megahertz? Ich glaube Pentium 1 war besser, ganz ehrlich. Ich glaube so weit würde ich nicht gehen, aber gefühlt ja. Ich glaube so ein Pentium 1, weiß nicht, war nicht Pentium 1, gab es auch schon den ersten Zweikerner. Ich glaube, wenn du den gut taktest, ist der besser als ein FX-Ship. Pentium 1 gibt es keinen Zweikerner. Pentium 3? Pentium 1? Das war Pentium 3? Nee, das gab es auch Pentium 2. Die waren auch schon zwei keine. Nee, ich meine die kamen relativ spät. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, mein RK frisst einfach zu viel Material für das Ding. Achso, hast du eigentlich mal nachgeguckt, jetzt wo du den Weisen und alles kriegst, ob du genug Strom hast? Noch? Ich habe 750 Watt. Ja. Ja, okay, das reicht. Ich habe so viel Strom, ich kann dir nochmal abgeben, wenn du möchtest. Ach du, nö, danke. Also, ich hätte selbst mit einem 550 Watt Netzteil dadurch, dass die Grake deutlich weniger frisst als mein SLI Setup, hätte ich noch gut haushalten können. Also, wie ihr seht, seht ihr nichts, weil ich hier gar nichts mache. Jedenfalls nichts Produktives. Was denn nichts? Na, ich schieße ein bisschen auf Leute, aber ich treffe nichts. Aus dem Lex dann ganz hart zwischenzeitlich. Echt? Ja, ich weiß auch nicht warum. Es wird wahrscheinlich daran liegen, dass die Konfi einfach gar nicht zueinander passt. Ja, aber... Ja, vielleicht so... Ja, das kann es gar möglich sein, ja. Als wir jetzt vielleicht zumindest nochmal so Auto machen sollen oder so. Ja. Wie sind, mache ich mal ein. Achso, jetzt geht's ja nicht automatisch. Das hat alles auf Ultra gestellt, das schafft der Prozessor gar nicht. Ne, das schafft der Prozessor nicht. Ja, daran könnte es liegen. Ich wollte gerade sagen, jetzt weiß ich auch warum es leckt. Ja, ja, hat der Auto erkannt und gesagt, ne, 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 pass mal auf, deine Grafikkarte, okay, die schafft das. Der ist von dir und nicht. Ach! So, ich dass erstmal ein Gegner und sowas. My life in a nutshell. So, das ist mir gerade passiert, das ist jetzt erstmal ein Gegner, also richtigen Gegner gesehen hat. Soll ich dir von My life in a nutshell erzählen, du? Besser nicht, ich glaub, da wären wir beide nur noch trauriger. Später ist hier den Schutzvorführer für depressivige Yuki, oh, let's play. Ja, genau. Wenn ich da mal einen sehe, stirbt der vor meinen Augen. Komm, wenn ich so gar nicht, klar, was ich so. Also emotional wird das hier auch dabei bleiben, wenn wir gar nicht haben. Das ist schon, das macht schon fast mein Tag so von der Aussage. Let's the story I can subscribe to. Wenn ihr auch so seht, das so seht, könnt ihr auch so bleiben. Genau, wenn ihr auch so depressiv seid, dann schreibt es so in die Kopf. Habt ihr auch hartblutende Hämorrhideal-Hämatome? Nein, also ich nicht. Dann subscribe. Dann subscribe. Am besten umgehen. Also da kann ich versichern, die hab ich nicht. Ha, das sind unsere Zuschauer interessiert. Besser als wenn du Lügen verwaltest. Über was? Über Hämorrhideal-Hämatome? Genau. Ach, wo kommt da jetzt der Panzer? Wenn ich welche hätte, würde ich's zugeben. Du hast gesagt, wenn du auch, wenn ihr auch welche habt. Das heißt, wenn... Weißt du, manchmal Jimmy... Das Mimimi ist stark in dir. Wo ist der versiffte Sniper? Ach, da oben auf dem Dach, ja. Ja, dann im Fenster auch noch. Oh, ich hab ne Goldmagnum, ich bin Held. Miiiihihi. Wenn ich mich jetzt ins Face gebe. Mit Anlauf. Und ohne... Ach, ihr wisst schon, worauf ich verzichte. Hä? Darf ich dich nicht getroffen, würde ich verarschen? Was hier los? Ich darf keinen Überrasch. Ich kann eh zur Zeit dir keinen Shooter zocken, ich weiß auch nicht. Wir müssen mit den Gedanken woanders. Wir lassen das einfach dabei. Wie einfach schlecht? Das ist, äh... Eigenverschuldet. Und man entdeckten nämlich auch immer alle. Was ist denn hier? Warum kann ich keinen Squad Joel? Bist du drauf? I think they dislike you. My life in a nutshell. Ah, that's not entirely true. Warum sprechen wir Englisch? Du bist der einzige in der Englisch reden. My life in a nutshell? Ja, okay. Eigentlich deutsch ist jetzt nicht unbedingt, aber... Naja, aber du sagst ja nicht mein Leben in der Nussschale, oder? Also ist doch my life in a nutshell... Ich sag halt nicht, nee. Ich sag eher sowas wie, frag mich mal, Kollege. Oder, da kannst du den Arsch am Kacken halten. Ich würd sagen, dass my life in a nutshell relativ... ...popular ist. Ja, aber eingedeutscht, aber sagen wir mal zumindest unter gewissen... ...kreisen. Ob das in der Jugend... Ach, die Jugend, die Jugend taugt doch nichts mehr. Ja, das stimmt. Die Alten, das sind die Rocker. Guck dir mein Leben an, ich... Ja, die, gerade die. Die, die noch denken, dass hinter noch einer machte, oder was? Greif es von denen, oder? Nein, das sind nicht die ganz alten, das sind die komplett verwirrten. Aber die sind auch ganz alten. Also die richtigen. Im Bestfall, ja. Die anderen sind davon nur verwirrt. Ja, verwirrt würde ich das schon nicht mehr nennen, einfach nur noch gestört. Macht Sinn. Hast du eigentlich schon mal die Deutschland, äh, die AGB der Deutschland GmbH gesehen? Ja, aber ich denke, du gibst auf sowas nichts. Nein, ich fand's aber mega lustig, das ist einfach voll der Scheißzustand. Und mit voll der Scheiß meine ich wortwörtlich voll der Scheiß. Vielleicht hab ich ne Fun-Version, aber es war schon voll der Scheiß. Lässt du das Grundgesetz durch? Das Grundgesetz? Ja, da hab ich Grundgesetz gesagt, ernsthaft? Weiß ich nicht, aber ich find, das klingt gut. Read the Grundgesetz. Hm, da seh ich doch was, was meinem Auge gefällt. Äh, wenn man nicht richtig nullen kann, ist das einfach schön, oder? Du bist am Aufnehmen und am Snivest, ist das denn ernst? Also du machst gar nichts? Aber ich hab ihn getroffen. Ich mach nicht gar nichts, ich mach... Nur nichts Produktives fürs Team. Boah, das lag echt ein bisschen hart. Ich muss den, den, den Battlefield gleich mal neu befielden. Normalerweise geht man ja als Scharfschütze nie mehr als zwei Schuss von einer Position ab. Hat gut geklappt. Was kann ich eigentlich? Genau nichts, was? Äh, das, äh... Das ist schon eine Übertreibung, ja. Soll ich jetzt darauf antworten? Nein, besser nicht. Wer schießt denn hier überall auf mich, Mann? Alle? Wo bist du denn? Dann kann ich dir sagen, ob ich auf dich schieße. Naja, da schießt dann, glaub ich, zwei Panzer auf mich, oder zumindest eine, äh, wie? Aber was kann ich eigentlich im Laufen, äh, treffen, blablabla, Gegner, die laufen kann ich nicht treffen. Und dann leckt's auch noch. Aber ich kann dir gerne sagen, wo ich bin, nämlich auf C, aber das macht nix, weil ich eh 1 zu 6 stehe und wahrscheinlich gleich eh wieder sterbe, bevor ich irgendeinen Gegner überhaupt gesehen habe. Ich hab die ganze Zeit in deine Richtung geflankt, aber nix getroffen. Na gut, wir waren aber auch gerade zu 6 auf C, oder? Ja, ich weiß, ich hab auch viele gespottet von euch. Aber ich hab halt nichts gerissen gekriegt, also... Null. Ah, macht er nix raus. Aber ich find's jetzt schon nicht gut. Ja, wahrscheinlich der Idiot der die ganze Zeit noch ein bisschen neid. Jetzt nicht mehr. Okay, weil das mich nicht einmal drauf... For real? Unreal. Und Unreal Tournament. Unreal... Unreal schlecht spielen. Unreal Tournament. Unreal Nug Tournament. Ah, Scharfschützen macht echt keinen Spaß. Vor allem nicht, wenn ich spiele. Ja, vor allem macht Scharfschützen für die Aufnahmen auch keinen Spaß. Ach so, du bist wie Jimmy auf Flutungs-Irgendwas. Und wie auch immer die Karte hieß. Und reist vor die Hütte auch. Und reist vor die Hütte auch. Und reist vor die Hütte auch. Es war einmal in... Aber... Ich hab's getan. Boah, diese kleine Wichs-Sau repariert seinen Scheiß-Panzer natürlich auch in der Gezelt. Kleine Piss-Sau. 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 Pssau. Wollen wir mal kurz den Helikopter vom Himmel über? Ah ja, kurz er plattgefahren. Komm auf mich, F*** dich! Why not only? Cause I'm friendly. Ach, guck mal doch. Und tot. Ja, das glaub ich dir. Okay, friendly wär gelogen. Friendlier. Wir machen das immer beim Airsoft. Wir springen anderen Leuten ins Geleg und schreien FENDLY FIRE! Das würde ich tun. Das Schlimme ist, das glaub ich auch. Hey, also... Was ist denn hier los? See, I can't tell. Gibt's denn irgendwelche Wouter? Darf ich jetzt benutzen? Äh, ich seh keine... Ich hab schon mit RPG auf Infantry geflankt, da ist nichts passiert. Du siehst mich nicht. Aber ich versuch... Ah, oder ist noch ein Panzer der? Wir haben ein Panzer der Alpha, Herr Ober. Ach, das ist einer von mir. Ha, das Leben ist schön. Wie sagst du euch Leute? Meins oder deins? Gar keins. Gar kein Leben ist schön. Ja, da, da, darauf können wir uns gut einigen. That's what I said. Es gibt nur Leben, kein schönes Leben. Ah, mein Leib'n'Natsche. Wir reden jetzt nicht wieder darüber, ja? Ha, 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 ha! Bepanzert sie, los, flangt sie vor die Wand. Ich bin mir nie so sicher, dass es sein sollte. Wahrscheinlich nicht. Man sollte es wahrscheinlich nicht so sagen, aber... Ja. keiner weiß, was gerade spielen sollen. Ich spiele das ist meine Lieblingsklasse. Den Pionier. Ich glaube, ich würde... Ich glaube, ich würde sagen, grundsätzlich ist sehr... Ja, ich höre. Ähm... Hast recht. Der ist auch gut. Ähm... Sturm sollte meine Lieblingsstätze, weil Heilen und Westen kann. Aber in diesem Spiel braucht es einfach nur ein Pionier. Oh ja. Ich hab Sichtkontakt zu dem feindlichen Boot! Südlichen... Oh, da ist doch noch ein Panzer. Und sagte er und starb. Mann, Mensch, ich krieg's doch überhaupt nix. Was? Jo, steigt er aus dem Boot aus, ihr Huren. Ihr seid toll. Tolle Freunde. Ernsthaft? Ja, don't shoot at me, bitch. Please. Cool, dass du Medic bist, nix dahin, nix, du Bastard. Mann, nett, ich hab die auch vermisst. Die Herpes. Ich dachte, du hast denn die Herpes los. Ja, deswegen hab ich die vermisst, wie Herpes. Gar nicht. You know? Ach so. Ich hasse Panzer. Ich reparier mein'n scheiß schwulen Panzer. Mimimimi. Hätt ich mal nen Panzer... Was? Der ist doch aus dem Haus geko... Ach komm, Alter, das ist ein Babybell. Warte, ja. Das ist die gerechte Strafe dafür. Jetzt esse ich ein Babybell. Leck mich doch am Arsch. Das Haus ist unter ihm zusammengebrochen und er ist doch, wie auch immer, bei die Wand in dem eingebrochenes rausgekommen. Disclaimer, es war keine Schleichwerbung. Es war nur ein Babybell. Echt? Ich hatte nen feindlichen Scharfschutz in Südlich deiner Position gesichtet. Und die ganzen Hobel denn? Ach so, auf dem Ding drauf, hm? Ja. Ich hab' das so hart, Ilse. Was ist mit Ilse? Was ist mit Ilse? Es sackt so hart! Es... Ilse. Eigner. Ha! Äh, okay. Das ist was. Ja, so keiner. Unruhig. Wie viele kennen denn von euch da? Eigentlich alle. Ach, wie hat der Paz mich... Ach, wie hat der Paz mich... Tübe. Schieb dir den Siftpanzer in den Arsch, du Missgeburt. Nicht, dass ich hier ausrasten würde. Du doch nicht. Nö, ich bin ein ganz netter Typ. Du dich jemals aufregen würdest. Ich bin viel zu gesittet dafür. Ja, genau. Ungesittet. Du kannst mich mal gepflegt am Arsch lecken, Jimmy, weißt du das? Hatt' ich recht hab? Ja. Und weil der scheiß Panzer mir auf den Zeiger geht, aber wie? Ich hab' auch Sichtkontakt. Ja, toll, dass es leckt. Ich hab' auch Sichtkontakt, toll, dass es leckt. Hast du's gerade wirklich so gesagt? Ich hab' Sichtkontakt, weil er bei mir Sichtkontakt gesagt hat. Entschuldigung. Ui. Da ist nicht ein Baby, wenn du schon fängst, geht's los. Ja, Witz. Partiii. Oh, da ist ja noch einer. Oh, der ist tot. Oh, macht die Minigun keinen Schaden am LED. Die wollte mich ja nicht verarschen. Ich hab' keine Ahnung. Warum schieß' ich mal auf die falschen Gegner? Also die aus dem Fahrzeug, äh, aus dem Boot, versteh' ich auch nicht. Ist totaler Quatsch. Oh, Leute, der schießt Panzer auf mich. Hö, ich muss weg hier und tschüss und wiedersehen. Dann fällst du auf mich schießen, geh' ich weg. So'n Naturgesetze. Wie ist das jetzt passiert? Achso, da war noch mehr, okay. Ein Sogrotte. Sogrotte? Sogrotte schlecht. Versteh' ich. Ha, hab' ich den Handy gegeben mit Ruhe gemacht. Ich hab' hier so viel Scheiße freigeschaltet und keiner weiß wozu. Das glaub' ich da sogar. Oh, hab' ich den Schnapper aus.. ausgeheuert, äh Schissen. Ausgeschaltet. Mit einer Magnum. Ich hasse euch alle! Geh' weg, Panzer, du Nazi! Ja, das Boot, da komm' both. Weißt du, das mich richtig aufregend ist, diese Panzerfahrer. Ich steig' mal lieber aus, weil meine MG ist voll beschissen. Wenn du im Real Life so schnell aus dem Panzer kommst, ne? Nicht? Ja, ist nicht. Selten. Aber fällt der nicht um. Ich wollte gerade sagen. Keine Ahnung. Sollen wir eigentlich eine Challenge machen oder so? Eine Verlust-Hertha-Up-Challenge? Ich stimme auch nicht. Natürlich wird es mal hinten geneift, fick er sich. Also, dass ich Hertha-Up-Lose, darüber brauchen wir jetzt nicht diskutieren, oder? Na ja. So weit sind wir nicht auseinander. Du 7-10, ich 10-14. Ja, 10-14 ist doch näher dran als... Ne, gar nicht. Aber es ist zumindest etwas mehr Kills gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Davon kommen wir nachher... Lego Playmobil. Ne, das ist irgendwie anders. Ein Eis? Oh, ein Eis. Hätte ich gern. Nein! Aber nur ein schönes Eis. Also so eins von Ben und Jägermeister. Ihr wisst, wer ich nicht meine. Ben und Jägermeister und Jägermeister. Das wäre eine geile Kombo für ein Eis, oder? Ich finde die Ben und Ed-Eis noch nicht mehr so besonders. Heißt die nicht Ed und Schleck? Nein, das geht doch. Ach, Ben und Ed ist ein Spiel. Wir sagen... Wir sagen hier keine Wagen. Deswegen. Wir meinen ja auch nicht den Mini-Babybell, wir meinen ja auch den Maxi-Babybell. Geht's ihm nicht so? Ach, was weiß ich. Jetzt ist nicht ein Babybell groß? Kann durchaus sein. Oder gab's die zumindest? Spiel ist schon vorbei, einfach. Okay. Ah, wir haben noch einen Kill gemacht. Schön mit dem Handy, mit der Digge, mit der Magnum. Ich hab noch nichts geschissen bekommen. Sogar nichts. Ja, das ist auch schön. Aber dabei belassen wir es auch. Und wir dürfen in der... Nein, anders. Ihr dürft in der nächsten Folge doch mal... Ihr müsst in der nächsten Folge uns wieder angucken. Vor ihm zuhören, das tut mir schon leid. Also ich meine, wenn wir angucken, ist okay. Wir sind beide nicht geistig fit, dass wir es noch waren. Aber bis dahin, wir sind cool. Yo.